Wie wurden der asiatische Laubholzbockkäfer ausgerottet? Es war sehr viel Arbeit. Es musste erst einmal die Arbre, die durch Insekten kontaminiert wurden. Es gab dann auch eine ganze Zeit der Kontrolle, die durch Arborist-Grimpeer und Chirnifleur gemacht wurden. Was macht den ALB so gefährlich? Es ist ein Insekter, ein Coleopter, die colonisieren unsere Arbre, wie die Ärabes und die Marronniers, die sind sains. Sollte Angelegenheiten, die eher Arbre, die bereits affäblich sind, oder der Bois-Mort, kann es eine Gefängnis für die Arbre und für die Foräne sein. Wie kann man verhindern, dass der ALB zurückgeht? Der Capricorne Asiatik ist besonders durch die Palette aus der Chine, die Palette aus dem Boden sind. Die Larven sind in diesem Boden. Die Kontrollen müssen dafür sein, um die Palette zu erkennen, wenn die Palette aus dem Boden sind. Und sonst, wir versuchen, zu konsumieren, wie möglich, in dem Boden zu nehmen, die aus dem Boden kommen aus der Chine. So können wir die Risiken von den Insekten nicht besuchen. in der Chine. So können wir die mit dem Boden beherrschen. So können wir das mit dem Boden beherrschen. So können wir das